Wir sind heute beim wichtigen Thema Rücktritt und verbraucherschützender Widerruf. Wir haben daher heute auch nur zwei Punkte. Erstens Rücktritt, zweitens Widerruf und da jeweils die Voraussetzungen und die Rechtsfolgen. Bevor wir aber den Rücktritt machen, wollen wir noch wiederholen, was wir letzte Woche Dienstag gemacht haben. Letzte Woche Dienstag haben wir uns mit drei verschiedenen Dingen beschäftigt. Zunächst mal haben wir uns beschäftigt mit der Änderung von Verträgen. Erinnern Sie sich düster, dass wir über Vertragsänderungen gesprochen haben. Amen. 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 Vielen Dank. Wir schauen die Aussage an. Verträge müssen immer ausdrücklich geändert werden, wenn die Leistung in anderer Weise erfolgen soll. Wir haben, als wir über Erfüllung gesprochen haben, einen Fall kennengelernt, wo man auch einfach so etwas anderes machen konnte. Erinnern Sie sich daran noch, als wir über Erfüllung gesprochen haben vor ungefähr vier Wochen. Ohne Vertragsänderung. Ja. Ja, in der Tat, bei der Annahme eines anderen Gegenstandes an Erfüllung statt. Erinnern Sie sich daran noch, wo ist das geregelt? Ja. 364 Absatz 1 BGB. Und warum ist das keine Vertragsänderung? Können wir sagen, ist ja auch eine Vertragsänderung irgendwie. Ja. 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 In der Tat, das erste ist, das Gesetz sagt, es tritt automatisch ein. Das heißt, wir brauchen keine Willenserklärungen. Der Schuldner muss nicht sagen, ich will diese Leistung, sondern es ist einfach eine ganz normale Realakthandlung. Er gibt eine andere Sache und guckt, wie der Gläubige darauf reagiert. Das zweite Argument ist aber auch richtig. Wir haben besondere Rechtsfolgen geregelt in 365, die sagt, wenn die Sache schlecht ist, finden dann die Regelungen des Kaufrechts Anwendung auf diese Sache. Das heißt, der Gesetzgeber hat gesagt, wir haben da besondere Regelungen geschaffen, die automatisch, unabhängig vom Willen der Parteien eintreten. Das heißt, Unmöglichkeit und ähnliches greift da nicht mehr. Die ursprüngliche Leistungspflicht besteht fort. Es ist also keine Änderung des Vertrages, sondern es ist einfach eine Annahme eines Ersatzes, also ein sui generis. Wir haben auch über andere Fälle gesprochen, wenn zum Beispiel der Schuldner den Gläubiger irgendwo trifft und ihm dann das Geld in die Hand drückt, statt es bei ihm vorbeizubringen und zu überweisen, ist das auch wirksam, wenn er es annimmt. Pflicht deshalb, weil wir da keine Vertragsänderung machen wollen. Und das bedeutet insbesondere, wir brauchen dafür keine besondere Form. Zweite Aussage, eine normale Schriftformklausel kann konkludent aufgehoben werden, ist richtig. Was muss ich denn machen, wenn ich verhindern will, dass die Schriftformklausel aufgehoben wird? Ja? So ist es. Ich muss eine Schriftformklausel für die Schriftformklausel einführen, sagt die Kollegin. Das ist eine sogenannte qualifizierte Schriftformklausel, die sagt, die Klausel selber darf auch nur schriftlich geändert werden. Die normale Schriftformklausel kann konkludent aufgehoben werden, einfach indem die Parteien sich einig sind, den Vertrag ändern zu wollen, ohne sich an die Schriftform halten zu wollen. Ja, man kann einen Vertrag aufheben und an seiner Stelle einen neuen Vertrag abschließen. Wie nennt man das? Weiß das jemand? Ja? Ja, das nennt man eine Novation, Aufhebung des alten Vertrages und Abschluss eines neuen Vertrages. Was ist der Unterschied zum Änderungsvertrag? Können Sie da einen Unterschied sehen? Warum ist das keine einfache Änderung? Ja? Ja, in der Tat, die Novation führt dazu, dass alles weg ist, was aus dem alten Vertrag ist, inklusive möglicher Verjährungsproblemen und ähnliches, und alles komplett neu anfängt und alle Pflichten neu begründet werden. Beim Änderungsvertrag wird nur ein bestimmter Punkt geändert, alles andere bleibt gleich, die Verjährung läuft auch normal weiter, alles bleibt gleich bis auf diese eine Änderung. Hier wird alles weggemacht und neu geschrieben, das heißt, alles beim Neuen. Letzter Punkt, ausnahmsweise kann man gezwungen sein, einer Vertragsänderung zuzustimmen. Das haben wir besprochen, welchen wichtigen Fall haben wir da kennengelernt? Wo man einer Vertragsänderung zustimmen muss? Ja? Ja, bei einer Störung der Geschäftsgrundlage und woraus entnehmen Sie das, dass es da einen Anspruch gibt auf Zustimmung? Ja? Ja, und welcher Teil, welche Worte sagen Ihnen, dass es einen Anspruch gibt auf Zustimmung zur Vertragsänderung und der Vertrag nicht automatisch sich verändert? Ja? Ja, in der Tat, es kann Anpassung verlangt werden, das bedeutet, der Vertrag ändert sich nicht automatisch, sondern man hat einen Anspruch gegen den anderen, dass der diese Anpassung so akzeptiert. Ansonsten kann es solche Sachen auch geben aus § 242, wenn es ganz minimale Abweichungen sind und man sagt, der hat kein berechtigtes Interesse, diese Leistung abzulehnen. Wir hatten so Sachen, wo wir gesagt haben, naja, wenn der den jetzt vor der Haustür trifft, statt in seiner Wohnung, kann das keinen Unterschied machen. Das hatten wir, als wir gesprochen haben über Leistungsort, Leistungszeit. Und da haben wir gesagt, minimale Abweichungen muss man hinnehmen. Und das sind auch Fälle, wo man sagt, eine Vertragsänderung müsste zugestimmt werden. Der kommt drei Minuten zu spät oder der trifft den schon auf dem Weg, dann muss der die Leistung auch vorher annehmen. So, wir haben aber nicht nur gesprochen über Änderungsverträge, sondern wir haben davor auch gemacht, den Rest zur Unmöglichkeit. Und wir haben da gesprochen über bestimmte Regelungen, nämlich einerseits über § 285 und andererseits über die beiderseits zu vertretene Unmöglichkeit. Vielen Dank. Ja, Versicherungsleistungen für eine zerstörte Sache sind nur herauszugeben, wenn der Schuldner die Zerstörung zu vertreten hat. Wonach kriege ich denn Versicherungsleistungen? Sagen wir, Sie haben eine Vase gekauft, eine historische, und die war versichert. Und der Verkäufer kriegt diese Versicherungsleistung, weil ein Dieb kommt und diese Vase stiehlt. Er hat eine perfekte Alarmanlage gehabt, aber irgendwie haben die Gangster es geschafft, die wertvolle Vase, die Ihnen verkauft, was zu stehlen. Daraufhin zahlt die Versicherung dem Verkäufer eine Million Euro an Versicherungszahlung, und Sie möchten gerne diese eine Million haben. Wonach kriegen Sie eine Million Euro Versicherungszahlung? An den Verkäufer. Ja? Das war 285, ja, das ist ein. Ja? Das war 285, ja, das ist ein. Das war 285, ja, das ist ein. Ja? Also ist nicht geworden, dass er die Zerstörung kriegt. Deshalb hat er bei einer Last bekommen, die eine Million Euro, und wir haben jetzt einen Anspruch als Gläubiger, einen Anspruch auf die Nahrung. Genau so ist es. Also 285 BGB setzt voraus ein Schuldverhältnis, das ist der Kaufvertrag. Er setzt weiterhin voraus, dass die Leistung, das heißt Übergabe und Übereignung der Vase, unmöglich geworden ist. Sie erinnern sich, bei Diebstahl sagen wir es, die Chance, die Sache wieder zu befinden, so gering, dass wir es als unmöglich qualifizieren, obwohl die Vase noch irgendwo existiert. Dann brauchen wir einen Ersatz. Der Ersatz ist hier die Zahlung von Geld durch die Versicherung, und der beruht gerade auf der Unmöglichkeit. Also haben Sie einen Anspruch auf Herausgabe dieser Versicherungszahlung. Sie kriegen also eine Million. Testfrage, was ist denn mit Ihrem Kaufpreis? Müssen Sie auch bezahlen? Oder kriegen Sie einfach nur die Millionen und freuen sich? Ja? Ja, das ist ein Verabschiedsatz, das ist ein Verabschiedsatz 1. Wenn wir sozusagen nicht rauskommen, dass wir das Verabschiedsatz 1 auch nicht schreitzen. So ist es. 326 Absatz 3 Satz 1 sagt, Ihre Pflicht bleibt bestehen, denn die Versicherungszahlung tritt an die Stelle der Vase. Allerdings sagt das Gesetz auch, maximal bis zur Höhe der Gegenleistung. Das heißt, Sie müssen nichts draufzahlen. Gut. Zweite Aussage. Bei beider Seiten zu vertretener Unmöglichkeit sieht das Gesetz eine anteilige Minderung der Gegenleistung vor. Wo steht da was zu? Wo steht etwas von beider Seiten zu vertretener Unmöglichkeit? Ja? 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 Sondern? Ja, also, geregelt ist das Problem teilweise in 326 Absatz 2 Satz 1 BGB. Und die Norm sagt, die Gegenleistung bleibt in kompletter Höhe bestehen, wenn auch nur ein Teil, wenn der Gläubiger, das heißt den, den die Gegenleistung überbringen muss, die Unmöglichkeit ganz, also 100% oder weit überwiegend, das heißt mehr als 95% zu vertreten hat. Das bedeutet, er muss den kompletten Kaufpreis bezahlen, obwohl er nichts mehr bekommt, wenn er selber dafür gesorgt hat, dass die Kaufsache untergeht. Jetzt, woher kommt das mit der anteiligen Minderung? Das wird durchaus vertreten, zum Beispiel vom Bundesgerichtshof. Woraus entnimmt man das? Ja? Die Minderung aus dem Kaufrecht? Nicht die Minderung aus dem Kaufrecht. Aus 2,54 mit Verschulden? Aus 2,54 mit Verschulden, jetzt steht aber bei 2,54 vorher Schadensersatz. Wie kommen Sie jetzt auf 2,54? Hier geht ja nicht um Schadensersatz, es geht ja hier um die Gegenleistung. Wie kommen wir da hin? Ja? Wir haben verschiedene Wirkungsansätze gesehen, weil viele die Probleme der Weitersätze verstehen, dass die Unmöglichkeit für Unmöglichkeiten das war, die Gegenleistung sich einfach auch enthält. Und es gibt Leute, die nicht zusammenzuführen, die sich analog einfach auf die Sehnen, die sich anwenden wollen. Und andere, die einen Schadensersatz aus Unmöglichkeit der Leitlinie nehmen, und darf aber dagegen, dass sie das nicht verbunden haben. So ist es. Also, in der Tat, wir fangen an mit der ersten Ansicht. Der Bundesgerichtshof liest in Absatz 1 ein Soweit hinein und ergänzt die Norm, sodass da drin steht, entfällt die Gegenleistung, soweit der Gläubiger dies nicht zu verstehen hat. In Höhe des Restbetrages bleibt es bestehen und er wendet also eine Quotelung an und sagt, wenn 20% mitverschulden, muss ich halt nur 80% des Kaufpreises zahlen. Wenn 30% mitverschulden, muss ich 70% zahlen. Und bei 50% muss ich halt den halben Kaufpreis zahlen. So einfach ist das. Diese Ansicht vertritt der Bundesgerichtshof, die finden Sie im Gesetz nicht. Die zweite Ansicht sagt, wir wenden einfach den Absatz 2 weiter an, als er im Gesetz steht und sagen, wenn auch schon ein bisschen mitverschulden besteht, bleibt die Gegenleistung bestehen und ich muss dann meine komplett zu erbringende Gegenleistung mit dem Schadensanspruch verrechnen, der dann einfach zu quoteln ist. Und die dritte Ansicht ist die, die hier als nächster Punkt kommt. Man kann eine Pflicht des Gläubigers zur Rücksichtnahme auf die Ansprüche des Schuldners konstruieren. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen am Anfang gesagt, Gläubiger ist der, der den Anspruch hat und Schuldner ist der, der leisten muss. Und, aber wenn Sie 241 Absatz 2 lesen, steht da, jede Seite treffen Pflichten. Und deshalb wird gesagt, hier hat auch der Gläubiger, der etwas bekommen soll, eine Pflicht zur Rücksichtnahme auf den Schuldner. Und zwar entweder auf dessen Eigentum, wenn es halt um eine gekaufte Sache geht, oder aber auf dessen Interesse an einer Gegenleistung, was ja immerhin auch einen Vermögenswert hat. Und wenn er sozusagen den Vermögenswert kaputt macht, dann muss er dafür Schadensersatz leisten nach 280 Absatz 1. Letzte Aussage. Ein stellvertretendes Kommodum bezeichnet Ersatzleistungen für unmögliche Leistungen. Ja, merken Sie sich, 285 regelt dieses stellvertretende Kommodum. Wenn Sie also den Ausdruck hören, merken Sie sich, 285. Ja, jetzt kommt eine einfache Frage. Das geht jetzt schnell, weil nur eine Antwort richtig ist. Ich habe gesagt, das geht schnell. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Warum ist die offensichtlich falsch? Gucken Sie mal ins Gesetz in § 313. Dann sollten Sie mir innerhalb von zwei Sekunden sagen können, warum die erste Aussage falsch ist. Offensichtlich. Die Rechtsfolge des Vertrags ist, dass die Rechtsfolge des Vertrags angepasst werden kann. Ja, in der Tat. Und wann können Sie nur Aufhebung verlangen? Wo steht was mit Aufhebung des Vertrages? Wenn Sie mal genau gucken. Da steht nicht Aufhebung, da steht was anderes. Aber wo geht es um Aufhebung? Absatz 3 Absatz 3 Absatz 3 Absatz 3 BGB können Sie einen Rücktritt oder eine Kündigung erklären und die Aufhebung mit Wirkung für die Zukunft verlangen. Der Grundsatz ist, es wird angepasst, solange man überhaupt noch anpassen kann. Zweite Aussage. Eine Störung der Geschäftsgrundlage setzt voraus, dass die Störung in der Sphäre einer Partei liegt. Auch hier wieder der Blick ins Gesetz. Warum kann das nicht stimmen? Ja. Ja, also der Kollege sagt, das sind Umstände, die bei Vertragsschluss relevant sind, oder denen die Parteien den Vertrag nicht geschlossen hätten. Ist das die für Sie entscheidende Passage, woraus Sie entnehmen können, dass es nicht in der Sphäre einer Partei liegen darf? Sie erinnern sich vielleicht düster an unseren Fall, den wir gemacht haben vor sechs Tagen und ich erzählt habe hier Ölkrise und der Mensch, der sich verspekuliert hat. Warum war da keine Störung der Geschäftsgrundlage anwendbar? Warum konnte der nicht einen höheren Preis verlangen oder zurücktreten? Wo machen Sie das am Gesetz fest? Ja. Ja, an dem Wort Risikoverteilung. An der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung. Wenn der Umstand in der Sphäre einer Partei liegt, dann muss die ganz allein damit zurechtkommen. Das bedeutet, derjenige, der sich verspekuliert, muss damit rechnen, dass er trotzdem mehr bezahlen muss. Derjenige, der die Sachen nicht braucht, trägt das Risiko, dass er sie nicht gebrauchen kann. Wenn ich hingehe und mir ein Profi-Schraubenzieher-Set kaufe und ich überhaupt nicht in der Lage bin, mit Schraubenzieher zu arbeiten, weil ich ungeschickt bin, ist das mein Risiko. Genauso, wenn der Verkäufer mir was verspricht, was er nicht halten kann, weil er irgendwie dachte, er könnte mehr als er kann, ist das sein Risiko. Und dann kommt er nie auf Störung der Geschäftsgrundlage. Störung der Geschäftsgrundlage muss zwischen den beiden Parteien liegen. Ich habe Ihnen gesagt, der Käufer trägt das Verwendungsrisiko, der Verkäufer trägt das Beschaffungsrisiko. Und nur Sachen, die dazwischen liegen, sind überhaupt als Geschäftsgrundlage denkbar. Nächster Punkt, eine Störung der Geschäftsgrundlage setzt eine Fehlvorstellung voraus. Ist das so? So ist es. Das beschreibt nur den Absatz 2, dass man eine Fehlvorstellung bei Vertragsschluss hatte, aber denkbar ist auch, dass sich beide Parteien was vorgestellt haben, was sogar richtig war bei Vertragsschluss, was sich aber objektiv nachträglich geändert hat. Dann ist es keine Fehlvorstellung, sondern es ist einfach eine Veränderung der Umstände durch äußere Umstände, eine Veränderung der objektiven Situation. So, Sie sehen, wir haben dieses Kapitel heute fast durch. Dann geht es weiter mit der Frage Parteien des Schuldverhältnisses, Gläubiger und Schuldner. Aber zunächst zum Rücktritt. Der Rücktritt ist geregelt in 346 BGB. Und das Erste, was Sie wissen müssen, ist, dass es anders als bei allen anderen Sachen, die wir bisher hatten, nämlich beim Änderungsvertrag und der Störung der Geschäftsgrundlage, eine einseitige Änderungsbefugnis ist. Der Rücktritt ist ein Gestaltungsrecht, er verändert unmittelbar die Rechtslage. Wir haben im ersten Semester kennengelernt, die Anfechtungserklärung, die einseitig den Vertrag endgültig beseitigt. Wir haben dieses Semester gesprochen über die Aufrechnungserklärung, die eine Zahlungspflicht endgültig beseitigt, durch einseitige Erklärung. Wir werden noch sprechen über die Minderungserklärung, wenn wir im Kaufrecht sind. Und jetzt machen wir die Rücktrittserklärung. Wir sehen also ein gewisses Muster, steht immer Erklärung. Und Erklärung bedeutet einfach nur einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Das ist nicht so spektakulär. Sie haben im ersten Semester die Anfechtung kennengelernt. Die Anfechtung führt dazu, dass ein Vertrag extunknichtig ist. Das heißt, es wird so getan, als hätte es diesen Vertrag nie gegeben. Das bedeutet, es gibt auch keine Schadensersatzansprüche außerhalb des Deliktsrechts, 823 folgende, und außerhalb von 311 Absatz 2, 281, den wir dieses Semester gesprochen haben, mit Vertragsverhandlungen. Denn Vertragsverhandlungen haben Sie gehabt, die haben nämlich zum Erfolg geführt. Es gibt auch keinen Verzug, weil Sie haben ja nie was leisten müssen, die Pflicht ist ja nie entstanden. Die Rechtsfolge ist, dass Sie im Bereicherungsrecht landen. Und das Bereicherungsrecht sagt Ihnen, Sie müssen alles herausgeben, was Sie bekommen haben aufgrund des Vertrages. Und Sie müssen, wenn Sie es nicht herausgeben können, grundsätzlich Wertersatz leisten. Aber Sie haben im ersten Semester auch schon gehört, 818 Absatz 3 BGB. Wenn Sie nichts mehr davon haben, weil Sie alles verfressen haben oder versoffen haben oder verspielt haben, dann können Sie nichts mehr herausgeben und der Anspruch geht ins Leere. Sie müssen nur das herausgeben, was jetzt noch bei Ihnen vorhanden ist. Wenn ich Ihnen also eine Wurst verkaufe und Sie essen die Wurst auf und erklären dann die Anfechtung, dann habe ich keinen Anspruch gegen Sie, weil alles weg ist. Ja, einverstanden? Gut. Der Rücktritt ist demgegenüber komplizierter. Im Rücktritt gilt, der Vertrag wird nicht aufgehoben. Der Vertrag bleibt wirksam. Aber, und das ist das Gemeine, die Pflichten verändern sich. Ab dem Moment der Erklärung ändern sich die Pflichten. Und die Pflichten sind nun so, dass derjenige, der was bekommen hat, das, was er bekommen hat, zurückgeben muss und derjenige, der was gegeben hat, das zurückfordern kann. Das heißt, die Parteirollen werden vertauscht. Der Käufer muss also die gekaufte Sache zurückgeben und zurückübereignen und der Verkäufer muss den Kaufpreis zurückzahlen. Ja, also genau spiegelverkehrt. Unabhängig davon bestehen alle Pflichten aus dem Kaufvertrag grundsätzlich erstmal fort. Das heißt, Rücksichtnahmepflichten, Verzug kann fortbestehen und man kann auch Schadensersatz weiter verlangen. Alles bleibt unberührt, weil die Wirkung nur für die Zukunft eintritt, nicht für die Vergangenheit. Der zweite Unterschied zum Bereicherungsrecht ist, dass 346 Absatz 2 BGB sagt, Sie müssen grundsätzlich immer Wertersatz leisten und Absatz 3 sagt, selbst wenn Sie entreichert sind, müssen Sie weiterhin Wertersatz in voller Höhe leisten. Einzige Ausnahmen sind in Absatz 3 genannt und da werden wir gleich zu kommen, das sind nur drei Stück. Nur in den Fällen können Sie sich auf Entreicherungen berufen. Das Schema für den Rücktritt finden Sie auch im AG-Skript, das ist nicht allzu schwierig. Sie brauchen erstmal irgendeinen Vertrag, Sie brauchen eine Rücktrittserklärung, einen Rücktrittsgrund, keinen Ausschluss und kommt zu den Rechtsfolgen. Dieses Schema sollte Ihnen ganz grob bekannt vorkommen, das ist nämlich ähnlich wie bei der Anfechtung. Auch bei der Anfechtung haben Sie eine Anfechtungserklärung, einen Anfechtungsgrund und eine Anfechtungsfrist. Also all das taucht da nochmal auf, das ist also ungefähr das Gleiche. Ja, sehen Sie das? Wichtig ist, Sie können nur von Verträgen zurücktreten. Sie können nicht vom Schaden des Anspruch aus 823 zurücktreten. Das heißt, Sie können auch nicht von der Kündigung zurücktreten. Es muss ein Vertrag vorliegen. Der klausurrelevanteste Fall ist 323 Absatz 1 BGB. 323 Absatz 1 BGB setzt einen gegenseitigen Vertrag voraus. Sie erinnern sich, was ein gegenseitiger Vertrag ist? Was war das nochmal? Genau, wir haben zwei Leistungspflichten, die im Gegenseitigkeitsfeld stehen, das heißt, die Zug um Zug erfüllt werden müssen. Welche beiden anderen R-Arten von Verträgen haben wir kennengelernt? Welche beiden anderen Arten von Verträgen haben wir kennengelernt? Ja. Ja. Ja, den einseitig verpflichtenden Vertrag, die Schenkung und wen noch? Ein unvollkommener zweiseitiger Vertrag, zum Beispiel die Laie. Also Sie sehen, wir haben hier nur gegenseitige Verträge. Die zweite Voraussetzung sehen Sie hier, es muss eine fällige Leistung bestehen. Was heißt fällig? Nun mal so als Test, wann ist eine Leistung fällig? Wenn sie vom Gläubiger verlangt werden kann. Und wo steht das? Ja. 271 BGB, Fälligkeit. So. Wir wissen alle hoffentlich noch, es gibt keine Leistungspflicht mehr, und damit auch keine Fälligkeit, in dem Moment, wo die Leistung unmöglich geworden ist. Sie erinnern sich? Dieses Merkmal fehlt bei unmöglichen und unzumutbaren Leistungen, weil dann besteht keine Leistungspflicht mehr. Deshalb können Sie dann nicht mehr zurücktreten. Die Leistung muss nicht erbracht worden sein, oder nicht vertragsgemäß. Wenn da steht nicht, bedeutet dieses nicht ganz einfach, der Schuldner will nicht leisten. Wenn er nicht leisten kann, haben wir Unmöglichkeit, und bei Unmöglichkeit, wissen Sie, besteht keine Pflicht. Das heißt, der Schuldner will nicht leisten. Nicht vertragsgemäß heißt, er leistet schlecht. Das gucken wir uns im Kaufrecht, im Werkvertragsrecht noch näher an. Aber merken Sie einfach, schlecht oder nicht wird vom Gesetz her grundsätzlich erstmal gleich behandelt. Und dann kommt die letzte Voraussetzung schon. Er muss nämlich eine angemessene Frist setzen. Angemessen, fragen Sie sich, was ist denn angemessen? Das hängt davon ab, wie kompliziert die Leistung ist. Wenn er nur Geld zahlen soll, kann man sagen, reicht eine Frist von 14 Tagen, weil bis zu der Zeit ist er zu seiner Bank gegangen, hat eine Überweisung in Auftrag gegeben, und das Geld sollte angekommen sein. Wenn er dagegen in der Zeit ein Haus bauen muss, wird 14 Tage nicht reichen, denn in 14 Tagen kriegen Sie noch nicht mal das Fundament gegossen. Das heißt, das Haus ist in 14 Tagen nie fertig. Das heißt, da muss die angemessene Frist vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr sein. Sie sehen also, was angemessen ist, hängt vom Einzelfall ab. Jetzt kommt natürlich die praktische Frage, was passiert denn, wenn die Frist zu kurz ist? Und die Antwort lautet, eine zu kurze Frist wird so behandelt, als hätten Sie eine angemessene Frist gesetzt. Sie müssen also dann einfach nur ein paar Tage draufzählen. Der BGH geht sogar so weit, dass er sagt, wenn Sie sagen, jetzt mach aber mal sofort, sonst trete ich zurück, dass dann gesagt wird, selbst dieses sofort heißt, ich setze dir eine angemessene Frist. Also es gibt eigentlich kaum einen Weg an dieser angemessenen Frist vorbei, das läuft sich so irgendwie ab. Diese angemessene Frist muss erfolglos abgelaufen sein. Erfolglos heißt, man wartet und am Ende kommt nichts raus. Ebenso erfolglos ist es, wenn in der Zeit irgendwas anderes passiert, aber was eben nicht als Erfüllung geeignet ist. Es muss in der Zeit wirklich der geschuldete Erfolg eintreten. Ich habe Ihnen das versucht, nochmal grafisch aufzumalen. Sie brauchen eine Nichtleistung. Die Nichtleistung setzt voraus, dass es überhaupt eine Pflicht zur Leistung gibt. Ohne Pflicht passiert da nichts. Sie brauchen zweitens eine Fristsetzung. Die Fristsetzung kann ausdrücklich erfolgen oder sie kann auch sozusagen zu kurz sein, aber dann verlängert werden. Wenn eine Frist gar nicht erkennbar ist und einfach nur eine Aufforderung vorliegt, dann würde diese Voraussetzung fehlen. Schließlich, es kommt nicht darauf an, ob der Schuldner schuld ist, ob der Schuldner verantwortlich dafür ist, dass er nicht leisten kann. Es genügt völlig, dass er einfach nicht geleistet hat. Warum das so ist, ob er von Räubern überfallen worden ist, ob es ein Erdbeben gab, ob Fukushima in die Luft geflogen ist, spielt alles keine Rolle für 323. Es gibt zwei Ausnahmen. Zum einen, wenn der Verkäufer arglistig ist und sie besonders täuscht über die Mangelfreiheit, die typischen Fälle sind Gebrauchtwagenhändler, die sagen, dieses Auto hat noch nie einen Unfall gehabt, in der Wirklichkeit war es ein Unfallwagen, dann folgt daraus, dass er sie übers Ohr gehauen hat, schon unmittelbar, dass der Mangel erheblich war. Und das Zweite ist, wenn der Gläubiger allein oder weit überwiegend verantwortlich ist, darf er nicht mehr zurücktreten. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, was ich hier sage, wenn der Gläubige allein oder weit überwiegend verantwortlich ist, dann wäre das gut. 323 Absatz 6 BGB entspricht nämlich welcher Regelung, die ich eben noch erwähnt habe vor wenigen Minuten. 326 Absatz 2 Satz 1. Können Sie sich auch vorstellen, warum der Gesetzgeber da dasselbe nochmal so geregelt hat? Warum steht da auch wieder dieser Ausschluss? Damit er sich nicht von seiner Gegenleistungspflicht lösen kann. Der Sinn der Regelung ist, wenn ich schon nach 326 nicht automatisch die Gegenleistung wegfallen lassen kann, sollte ich auch nicht das Recht haben, das durch Erklärung zu tun, wenn ich verantwortlich bin, muss ich bezahlen. Wenn ich meinen Verkäufer davon abhalte, den Vertrag zu erfüllen, bin ich selber schuld. Ich habe Ihnen eben gesagt, es gibt Fälle, wo die Fristsetzung entbehrlich ist. Und wenn Sie da gucken, haben wir 323 Absatz 2 Nummer 1. Wenn der Schuldner von vornherein sagt, von mir kriegst du eh nichts mehr, dann brauche ich auch nicht mehr zu sagen, jetzt hast du noch so und so viele Tage Zeit. Das Problem dabei ist, dass es eine übliche Verhandlungsbasis ist, zu sagen, nein. Nein ist eine gute Verhandlungstaktik, weil der andere ein herabgesetztes Angebot macht oder vielleicht toleranter ist. Also nein alleine reicht nicht. Wenn Ihnen also jemand sagt, ich erfülle nicht, dann kann das auch nur eine Verhandlungsgrundlage sein, nach dem Motto, ich erfülle erst dann, wenn du mir konkret sagst, was du eigentlich haben willst, oder wenn wir uns auf irgendwas einigen. Das heißt, Sie müssen hier ganz besonders hohe Anforderungen stellen, im Zweifel werden Sie immer eine Frist brauchen. Es muss eine ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung sein, das heißt, er will sich nicht nochmal überlegen dürfen. Er muss also sagen, ich will auf keinen Fall, und egal was kommt, werde ich auf keinen Fall erfüllen. Erst dann haben Sie Absatz 2 Nummer 1. Das legt man nach dem objektiven Empfängerhorizont aus, aber der objektive Empfänger weiß ja, niemand will auf Rechte verzichten. Und solange er das nicht gemacht hat, kann er immer noch erfüllen und muss kein Geld zahlen. Das heißt, der objektive Empfänger wird immer sagen, im Zweifel wird er es nicht wollen. Also ganz, ganz hohe Anforderungen, Sie sollten das auf keinen Fall mal spontan annehmen, nur weil jemand Nein gesagt hat. Nein alleine reicht nicht. Es muss endgültig und ganz endgültig sein. Über Nummer 2 habe ich schon mal gesprochen, als wir über das absolute Fixgeschäft gesprochen haben. Was war denn nochmal ein absolutes Fixgeschäft? Absolutes Fixgeschäft. Was habe ich Ihnen dazu gesagt? Ja? Ja, wenn es überhaupt keinen Sinn mehr macht, später zu erfüllen. Das ist das absolute Fixgeschäft. Und was ist die Rechtsfolge, wenn da der Zeitpunkt verstrichen ist? Der Zeitpunkt, zu dem es absolut wichtig war und danach es absolut keinen Sinn mehr macht? Dann wird es unmöglich nach 275 Absatz 1 und der Anspruch erwischt. 323 Absatz 2 Nummer 2 regelt das relative Fixgeschäft. Das relative Fixgeschäft, wenn Sie mal da reingucken, setzt nur voraus, dass der Schuldner die Leistung bis zu einem im Vertrag bestimmten Termin nicht bewirkt, obwohl die Termin- oder fristgerechte Leistung nach einer Mitteilung des Gläubigers an den Schuldner vor Vertragsschluss oder aufgrund anderer den Vertragsvergleitenden Umstände für den Gläubiger wesentlich ist. Das erste, was Ihnen auffallen sollte dabei, ist, da steht nichts von Vereinbarung, da steht Mitteilung des Gläubigers. Eine Mitteilung ist einseitig. Eine Mitteilung ist, was ich hier gerade mache, ich teile Ihnen mit, dass Sie nicht so viel quatschen sollen. Das ist eine Mitteilung. Das ist kein Vertrag, weil Sie müssen nicht Ja sagen. Das teile ich Ihnen mit, nur Sie haben keine Wahl. Das zweite, was Sie da sehen sollen, sind die anderen im Vertrag begleitenden Umstände. Das meint so Fälle wie, Sie kaufen einen Weihnachtsbaum. Wenn Ihnen der Weihnachtsbaum am 30. Dezember geliefert wird, mag das zu spät sein. Das ist kein absolutes Fixgeschäft, denn immerhin bis zum 6. Januar können Sie ihn auch aufstellen, aber so richtig schön Weihnachtsstimmung kommt dann nicht mehr auf. Das heißt, die Umstände sind, wer Weihnachtsbäume kauft, will einen Weihnachtsbaum auch vor Heiligabend üblicherweise. Oder an Heiligabend vielleicht noch. Das dritte, was Sie sich fragen müssen, ist dann aber, wenn da steht, Hinweis des Gläubigers, und was passiert denn, wenn der Schuldner sagt, das schaffe ich nicht. Zum Beispiel, Sie sagen, ich möchte ein Auto kaufen und dieses Auto soll mir geliefert werden am 31. Mai 2016. Das wäre morgen. Und der Autohändler sagt, das schaffe ich nicht und Sie sagen, ich kaufe. Schließen einen Kaufvertrag, das Auto kommt morgen nicht, können Sie zurücktreten. Der Vertrag sagt nicht über ein Lieferdatum aus, das lässt er komplett offen. Subsumieren Sie unter 323 Absatz 2 Nummer 2 BGB. Also nochmal, Sie gehen jetzt zum Autohändler und sagen, ich brauche ein Auto, morgen früh. Der sagt Ihnen, das schaffe ich nicht. Sie sagen, ich kaufe, zahle 10.000 Euro. Morgen früh gehen Sie dahin, der sagt, ich habe kein Auto, das habe ich Ihnen aber gestern schon gesagt. Dann sagen Sie, okay, dann trete ich jetzt zurück. Geht das? Ja? Ja? Ja, also in der Tat, er wollte es als Vertragsbestandteil haben, das hat er nicht gekriegt. Und jetzt sagt die Kollegin, ja, aber der hat ja den Vertrag trotzdem geschlossen, dann ist er doch selber schuld. Wie machen wir das, wenn wir sagen, jemand ist was selber schuld im BGB? Wie können wir solche Fälle lösen? Wir hatten ja schon mal solche Fälle öfter in dieser Vorlesung und Sie hatten im ersten Semester schon solche Fälle, was machen Sie denn dann? Ja? Ja, in der Tat, wenn einem nichts anderes einfällt, treu und glauben, 242 BGB, das heißt, wir sagen, jemand, der den Vertrag abschließt, in der Kenntnis, dass es keine Möglichkeit gibt, dass er rechtzeitig erfüllt wird, verhält sich widersprüchlich, wenn er dann trotzdem zurücktritt. Sie müssen also da immer eine Korrektur vornehmen und gucken, was da rauskommt. Nächstes Semester haben wir hier zusammen Handelsrecht und im Handelsrecht werden Sie sehen, gibt es eine Sonderregelung in 376 HGB, die ist im Grundsatz dasselbe, nur nochmal für Kaufleute. Scht! Kein Grund zu quatschen. Wichtig, ich habe Ihnen eben schon gesagt, absolutes Fixgeschäft führt zur Unmöglichkeit. Sie müssen in der Klausur also immer abgrenzen, ob es überhaupt keinen Sinn mehr hat, dann absolutes Fixgeschäft, dann Unmöglichkeit, oder doch noch irgendwie ein bisschen Sinn ist, dann nur Rücktrittsrecht. Das müssen Sie in der Klausur immer überlegen, gibt es überhaupt noch einen Sinn oder gibt es gar keinen Sinn mehr? Das können Sie je nach Einzelfall entscheiden. 323 Absatz 2 Nummer 3 erfasst schließlich sonstige Fälle. Wichtig, das gilt nur für die Schlechtleistung. Nicht für die Nichtleistung. Wenn jemand gar nicht leistet, dann müssen Sie grundsätzlich immer eine Frist setzen. Deshalb machen wir diese Regelung auch im Kaufrecht. Schließlich haben wir im Kaufrecht auch noch eine weitere Sonderregelung, nämlich 440 BGB. Da können wir jetzt mal kurz reingucken, damit Sie sehen, was da so drin steht. Das haben Sie vielleicht schon mal im Leben erlebt. der sagt nämlich, Sie müssen keine Frist setzen, wenn der Verkäufer, die dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung, wenn die dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder ihm unzumutbar ist. Damit ist Folgendes gemeint, wenn der Verkäufer zu Ihnen in die Wohnung muss, um da Sachen zu reparieren und der hat Sie schon mit dem Schrott enttäuscht, den er am Anfang geliefert hat, können Sie unter Umständen sagen, mein Vertrauen in die Expertise dieses Verkäufers ist so sehr enttäuscht, dass ich mit dem nicht mehr zu tun habe. oder die zweite Variante fehlgeschlagen, das ist im Satz 2 geregelt, eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn der also schon zweimal versucht hat zu reparieren, müssen wir das nicht ein drittes Mal machen. Irgendwann können die sagen, ich habe die Nase voll, ich kaufe jetzt woanders. Das steht im Kaufrecht, machen wir aber noch näher in zwei Wochen. So, 323, Sie haben eben unser Schema gesehen, hat auch Ausschlussgründe, 323 Absatz 5 und Absatz 6 BGB. 323 Absatz 5 sagt, bei einer Teilleistung, das heißt, Sie haben 1000 Flaschen Wein bestellt und kriegen nur 990 geliefert. Es fehlen 10 Flaschen Wein. Weil Sie aber die Uni Bonn sind, die einen großen Empfang macht für alle Professoren und die Missprofessoren trinken viel, brauchen Sie genau 1000. Denn wenn die 10 Flaschen fehlen, dann können die Leute nicht glücklich trinken und dann hassen die alle die Uni und das ist schlecht. Dann müssen Sie folgendes tun, Sie zählen nach und sagen, ich habe kein Interesse daran, nur eine Teilmenge zu haben, es muss alles sein oder nichts. Und dann können Sie zurücktreten. Das Gesetz sagt aber, der Grundsatz ist, dass Sie auch an Teilmengen Interesse haben. Wenn Sie also als Privatperson eine Kiste Wein bestellen und Sie kriegen nur 8 statt 10 Flaschen, dann bezahlen Sie auch nur 8 Flaschen, aber Sie können nicht zurücktreten und sagen, es will ich gar keinen Wein. Sie müssten dann nachweisen, dass 8 Flaschen für Sie völlig nutzlos sind. 8 Flaschen bringen mir nichts. Ich brauche 10, denn weniger Alkohol reicht mir auf keinen Fall. Die zweite Variante ist die Schlechtleistung. Bei Schlechtleistung ist es so, da muss die Schlechtleistung erheblich sein. Und wenn Sie ins Gesetz gucken, ist das etwas wirr formuliert. Das Gesetz sagt nämlich, sie darf nicht unerheblich sein. Damit ist gemeint, dass der Verkäufer oder der Schuldner hingehen muss und sagen muss, ich sehe ein, dass es schlecht ist, aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Ich zahle dir einen Wertunterschied, aber du musst mit der schlechten Sache leben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Laptop kaufen und da ist irgendwo ein kleiner Kratzer drauf, dann sagt er Ihnen, Sie haben ja jetzt hier kein Designergerät gekauft, da müssen wir mit dem kleinen Kratzer leben. Also kleine Mängel müssen mit leben. Hier ist immer die Idee, der Verkäufer oder der Schuldner muss beweisen, was hier erheblich war. 323 Absatz 6 entspricht genau unserem 326 Absatz 2 Satz 1 mit der Idee, wenn Sie schon die Gegenleistung komplett bezahlen müssen, dann gibt es kaum einen Grund, dass man sagt, hier, Sie sollen zurücktreten dürfen. Das muss logischerweise parallel laufen. Und last but not least, können Sie in Verträgen auf den Rücktritt verzichten. Sie können also sagen, ich möchte kein Rücktrittsrecht. Allerdings können Sie das als Verbraucher in Bezug auf Schlechtleistung nicht machen, weil man Sie als Verbraucher schützen will. Und Sie dürfen es nicht für Schlechtleistung in allgemeinen Geschäftsbedingungen machen. Typischer Fall ist die eBay-AGB von Verbraucher an Verbraucher. Die Wettbewerbsung ist ausgeschlossen. Das geht in dieser Allgemeinheit nicht. Das war 323. D ist extrem wichtig. Extrem unwichtig demgegenüber ist 324. 323 bezieht sich auf Leistungspflichten, 324 bezieht sich auf Rücksichtnahmepflichten. Sie erinnern sich, Düster, ich habe ganz am Anfang erklärt, was der Unterschied ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Anstreicher, der soll Ihnen Ihre Küche streichen. Und der kommt und spuckt Ihnen regelmäßig ins Gesicht. Aber der streicht total super, also das ist klar und weiß und super, aber immer wenn er sie sieht, spuckt er sie an. Warum der das macht, wissen wir nicht. Dann sagt 324, irgendwann ist die Grenze des Zumutbaren erreicht und dann können Sie ihn vor die Tür setzen und jemand anderen beauftragen. Oder der Verkäufer kommt und tritt Ihnen mal beim Liefern kurz vor Schienbein mit Schwung und dann, wenn Sie herausgehen, haut er mit der Faust ins Auge, dann können Sie auch sagen, komm, nimm mal die Sache wieder mit, mit der wir nichts zu tun haben. Da kann die gekaufte Sache noch so perfekt sein, wenn der anfängt, Sie zu misshandeln, schlecht. Warum sage ich Ihnen dann, dass diese Regelung so unwichtig ist? Weil diese Fälle sind nicht nur lustig, die sind völlig unrealistisch. Das kommt in der Praxis nicht vor. Verkäufer verprügeln Sie nicht und Anstreicher spucken Sie nicht an. Das Limit, was man hier erreichen muss, ist so hoch angesetzt, dass Sie das kaum je erreichen werden. Das heißt, in Klausuren wird Ihnen das nie begegnen und auch bei Gericht kommt das sehr, sehr selten vor. Also, Randfall, vergessen Sie es. Der Maßstab für 324 ist, Sie müssen jedes Vertrauen verloren haben. Sie müssen sagen, diesem Menschen traue ich Ihnen gar nicht mehr über den Weg. Erst dann dürfen Sie zurücktreten und die zweite Voraussetzung ist, in dem Moment, wo Sie anfangen, den selber zu beleidigen oder zu verprügeln oder nicht zu bezahlen, dürfen Sie auch nicht mehr zurücktreten. also bei der wechselseitigen Schlägerei haben Sie auch beide Pech gehabt. Dann kann nicht jeder zurücktreten. Ja? Also, gute Erziehung setzt sich durch. Jetzt, ganz wichtig, das sage ich Ihnen deshalb, weil ich es gerade in einer Examensklausur ungefähr 26 Mal falsch gelesen habe, es gibt einen dritten Rücktrittsgrund. Es gibt 323 und 324 und der dritte steht in 326 Absatz 5. Und 326 Absatz 5 sagt einfach nur, braucht der Schuldner wegen Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit nicht zu leisten, kann der Gläubiger zurücktreten. Das Wichtige ist, wenn es diese Regelung nicht geben würde, hätten wir sonst keine Möglichkeit zurückzutreten. Warum nicht? Was habe ich Ihnen eben gesagt, setzt 323 voraus? Warum kann ich nicht nach 323 zurücktreten, wenn es unmöglich ist? So ist es. 323 setzt voraus, dass es eine Leistungspflicht gibt, bei Unmöglichkeit gibt es aber keine Pflicht, also brauchen wir eine eigene Regelung und das ist diese. Zweite Frage, warum brauchen wir denn eine Regelung zum Rücktritt, wenn doch ohnehin nach 326 Absatz 1 die Pflicht erlicht und nach 326 Absatz 4 dann die Leistungen nach 346 Folge zurückzugewehren sind. Warum braucht man da noch einen Rücktritt? Ist doch eigentlich überflüssig, geht doch eh automatisch unter. Ja, wenn die Sache doch noch mal auftaucht, würde das eine Rolle spielen. Also Sie haben eine Sache, die ist gestohlen worden, Sie sagen unmöglich, dann taucht die doch wieder auf. So ist es. Wenn es einmal unmöglich ist, bleibt es unmöglich und Möglichkeit erlicht nicht wieder. Das heißt, wenn die Pflicht einmal weg ist, bleibt sie weg. Das heißt, das ist nicht der Problemfall. Schauen Sie sich mal den 326 Absatz 1 Satz 1 ganz genau an. Und zwar dahinter dem Semikolon. das ist nicht aber Was sagt Ihnen 326, Absatz 1, Satz 1, zweiter Halbsatz? Ja. Ja, in der Tat, wenn zum Teil geleistet werden kann noch, dann wird der Kaufpreis nur bezüglich und möglichen Teils nicht gezahlt. Was passiert denn beim Rücktritt? Wenn Sie eine Teilleistung haben. Habe ich Ihnen vor zwei Minuten gesagt. Ja, da kann der Gläubige gelten machen, dass er eine Teilleistung von Interesse hat und wenn er das gelten machen kann, wenn er sagen kann, ich habe wirklich kein Interesse, was passiert dann? Muss er dann noch was bezahlen? Was passiert dann? Und was passiert mit dem möglichen Teil dann? Bei 326 haben wir ja gesagt, er muss den Teil bezahlen, den er bekommt. Und was passiert mit dem möglichen Teil im Fall des Rücktritts? Ja. Ja. In der Tat, der Unterschied ist folgender, bei 326, Absatz 1, er liegt nur die Gegenleistung für den Teil, der unmöglich geworden ist. Wenn Sie also 100 Flaschen bestellt haben und bekommen 50 geliefert, dann müssen Sie auch nur 50 bezahlen. Ja. Wenn Sie aber auch die 50 nicht haben wollen, dann sagt 326, Absatz 5, können Sie zurücktreten, dann schicken Sie die anderen 50 zurück und kriegen den kompletten Kaufpreis zurück. Also, der Rücktritt ermöglicht, alles geht zurück. 326 sagt, es geht nur der Teil zurück, der unmöglich geworden ist. 326, Absatz 1, der unmögliche Teil, 326, Absatz 5, alles. Der zweite Grund für 326, Absatz 5, sehen Sie auch in 326, Absatz 1, aber wenn Sie da Satz 2 sich angucken, eine ganz wichtige Regelung, 326, Absatz 1, Satz 2 sagt nämlich, bei einer Schlechtleistung passiert keine automatische Minderung. Sie können aber bei einer Schlechtleistung zurücktreten. Ja? Ja, in der Tat. Wir haben gelernt, nach 266 BGB muss der Gläubiger eine Teilleistung nicht annehmen. Aber 326, Absatz 1 sagt, er muss trotzdem sozusagen die Teilleistung annehmen, das ist also eine Abweichung von diesem Grundsatz, wenn der Rest unmöglich geworden ist, muss ich mich mit dem Teil zufriedengeben. Außer 323, Absatz 5, wenn ich zurücktrete und nachweisen kann, dass dieser Teil, den ich noch kriegen kann, für mich kein Interesse mehr hat. So. Das zu den Voraussetzungen des Rücktritts. Jetzt zu den Rechtsfolgen des Rücktritts. Die Rechtsfolgen des Rücktritts, ich habe Ihnen schon gesagt, bei Anfechtung ist der Vertrag nichtig, bei Rücktritt ist der Vertrag wirksam, aber wir haben eigene Rechtsfolgen in 346.1 und die sind besonders geregelt. Das Erste, was Sie sehen müssen, ist, da sind zwei Varianten. Die erste Variante ist, Sie müssen die Leistung zurückgewähren. Das bedeutet, wenn Sie eine Sache übergeben und übereignet bekommen haben, müssen Sie die zurück übergeben und zurück übereignen. Wenn Sie eine Dienstleistung in Empfang genommen haben, zum Beispiel sind Sie ins Theater gegangen, dann müssten Sie theoretisch das Theaterstück zurückgeben, indem Sie halt das irgendwie zurückgeben. Sie werden feststellen, das wird schwer fallen, das geht irgendwie nicht. Deshalb sagt Ihnen 346 Absatz 2, wenn Sie mal gucken, Nummer 1, müssen Sie nicht das Ganze als Aufführung zurückgeben, sondern es reicht, wenn Sie dafür Wertersatz leisten. Und dieser Wertersatz wird bestimmt nach der Gegenleistung. Das heißt, im Zweifel müssen Sie so viel dafür bezahlen, wie Sie dafür vereinbart haben. Das ist aber in manchen Fällen ungerecht und deshalb sagt Ihnen Absatz 3, unter bestimmten Voraussetzungen müssen Sie nichts bezahlen und nichts zurückgeben. Soweit, so gut. Absatz 1 hat aber eine zweite Variante, die die Leute meistens übersehen, da steht nämlich auch, die gezogenen Nutzungen herauszugeben. Jetzt fragen Sie sich alle, was soll das bedeuten, Nutzungen herauszugeben? Damit ist was ganz Einfaches gemeint. Wenn Sie einen, sagen wir mal, einen Huhn gekauft haben, dann gackert dieses Huhn die ganze Zeit vor Ihnen auf und ab und es legt Eier. Und jetzt haben Sie da acht Eier und Sie erklären den Rücktritt. Dann müssen Sie nicht nur das Huhn zurückgeben, sondern auch die acht Eier. Wenn Sie jetzt diese acht Eier gegessen haben, hart gekocht oder weich gekocht oder Crêpes rausgemacht oder was auch immer, dann greift wieder Absatz 2, dann müssen Sie nicht das Ei zurückgeben, weil es können Sie nicht wieder ausspucken, sondern Sie müssen für das Ei Wertersatz leisten. Einfaches System. Das Ganze geht auch, wenn Sie zum Beispiel ein Auto kaufen, dann haben Sie mit jedem Kilometer, den Sie fahren, einen Gebrauchsvorteil gezogen und diesen Gebrauchsvorteil müssen Sie dann in Geld ersetzen, weil Sie können nicht wieder die Zeit zurückdrehen, wenn Sie im Auto nicht gefahren sein können. Das Ganze werden Sie nächstes Semester auch noch kennenlernen in Schuldrecht 2 im Bereicherungsrecht. Da gibt es auch eine Regelung zu gezogenen Nutzungen, eine Regelung zu Wertersatz und eine Regelung zum Ausschluss. Das heißt 346.1.2.3 haben ein gewisses Spiegelbild in 8.18.1.2.3. Das ist ungefähr drei Absätze, die was Ähnliches regeln. Und nochmal, Absatz 1 setzt voraus, dass Sie die Sache so herausgeben können, wie Sie sie bekommen haben. Wenn das nicht mehr der Fall ist, greift Absatz 2. Und Absatz 2 sagt, Sie müssen stattdessen Geld zahlen. Und Absatz 3 sagt, nur ganz ausnahmsweise müssen Sie gar nichts tun. Hier, diese tollen Nutzungen, wenn Sie einen Apfelbaum gekauft haben, sind die Nutzungen die Äpfel. Wenn Sie eine Mine gekauft haben, eine Goldmine, sind die Nutzungen, die Goldklumpen Sie da rausholen. Wenn Sie eine Diamantmine kaufen, sind es die Diamanten. Wenn Sie eine Erdölquelle kaufen, ist es das Erdöl. Das sind Sachfrüchte. Wenn Sie in §100 gucken, steht da Früchte einer Sache. Wenn Sie ein Mehrfamilienhaus kaufen, kriegen Sie z.B. Miete von den Mietern, die da drin wohnen. Das ist eine Rechtsfrucht. Das ist keine Frucht der Sache, weil Sie kriegen sozusagen keine Sachen raus. Das ist eine Frucht eines Rechts. Dass die Eigentümer sind, berechtigt Sie dazu, Miete zu bekommen. Oder wenn Sie ein Feld haben, kriegen Sie dafür möglicherweise Pacht von Ihrem Pest. Und die letzte Gruppe haben Sie gesehen, wenn Sie ein Auto kaufen, haben Sie die Möglichkeit, schnell von A nach B zu kommen. Wenn Sie Kleidung kaufen, haben Sie den Vorteil, dass Sie nicht schwitzen, aneinander nicht frieren müssen, weil die Kleidung Sie wärmt. Absatz 2, ja. Nein. In der Tat. Das bedeutet, wir werden gleich noch sehen, z.B. wenn der Verkäufer das Geld auf der Bank angelegt hat, den Kaufpreis. Der bekommt vom Käufer 1.000 Euro und legt die an mit einem Zinssatz von 0,2%. Sind auch diese 0,2% Zinsen Nutzungen, die muss der Verkäufer herausgeben. Und der Käufer muss dafür die gefahrenen Kilometer in Geld ersetzen. Also alle müssen alles herausgeben und alle Nutzungen. Ja, Absatz 2 sagt, es wird Wertersatz geleistet und Wertersatz heißt Geld. Und es geht dabei grundsätzlich nicht um den objektiven Wert, das heißt, wie viel jemand auf der Straße dafür zahlen würde, sondern um den vereinbarten Wert. Wenn Ihnen also Ihr Vertragspartner sagen will, das ist im Verkehr viel mehr wert, spielt das keine Rolle. Es gilt grundsätzlich das, was Sie bezahlen wollten. Die Idee ist, wenn der Vertrag günstig war, dann wirkt sich diese Günstigkeit auch nach dem Rücktritt aus. Die müssen also weniger Wertersatz leisten, wenn Sie ein Auto zu einem niedrigeren Preis, den Verkehrswert, gekauft haben. Wenn wir uns diesen 346 Absatz 2 näher angucken, dann werden Sie sehen, es gibt da drei Gruppen. In den Klausuren ist es im Regelfall Nummer 3. Nummer 3 regelt nämlich alle Fälle, in denen die Sache nicht herausgegeben werden kann, weil sie schlechter geworden ist beim Käufer oder weil sie untergegangen ist. Diese Regelung findet analoge Anwendungen für Diebstahl, Verlust und Ähnliches. Also die Regelung findet immer dann Anwendungen, wenn Unmöglichkeit vorliegt und kein Fall der Nummer 2, wo die Unmöglichkeit darin steht, dass die Sache verschlechtert worden ist. Was ist mit verschlechtert gemeint? Der Käufer hat das Auto und ist mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Dann kann er das Auto nicht mehr richtig herausgeben. Dann muss er erst mal versuchen, das Auto zu reparieren. Wenn ihm das aber nicht gelingt, muss er für das Auto Wertersatz leisten und muss dafür bezahlen. Und Nummer 1 ist das, was ich Ihnen eben gesagt habe, mit dem Konzert oder der Theateraufführung. Da müssen Sie dann Wertersatz leisten, weil Sie können kein Theater herausgeben. Sie können sozusagen nichts herausgeben, was schon verpufft ist. Das Ganze gilt auch dann, wenn Sie die Sache verarbeitet haben, wenn Sie die Sache also hier irgendwo weg haben. Wurst gegessen. Grundsätzlich, wenn Sie das Auto zurückgeben, müssen Sie Wertersatz leisten, soweit die Sache, die ich zurückgegeben mir kann, das heißt die Differenz letztendlich. Die geben also das Auto zurück und zahlen die Differenz zwischen Kaufpreis und jetzigem Wert. Bei der Theateraufführung müssen Sie grundsätzlich für die komplette Aufführung bezahlen. Das heißt, nach dem Rücktritt müssen Sie bezahlen und die müssen die Geld zurückzahlen, das heißt es auf Null hinaus. Außer Sie können nachweisen, das war halt weniger wert, was ich bekommen habe. Dann müssen Sie halt nur den Preis für das schlechtere Theaterstück zahlen und die Differenz kriegen Sie zurück. Ja, 346 Absatz 3. Das ist jetzt wichtig, 346 Absatz 3 hat drei Nummern. Und Sie müssen unbedingt darauf achten, dass Sie diese drei Nummern sauber auseinanderhalten. Weil wir haben 347 Absatz 2, den wir gleich sehen werden. Und 347 Absatz 2 gilt nur für Nummer 1 und Nummer 2, nicht aber für Nummer 3. Wenn Sie sich Nummer 1 angucken, setzt der voraus, dass bei der Umgestaltung erstmalig der Mangel oder der Rücktrittsgrund erkannt wurde. Die Idee ist, Sie haben ein Stück Holz gekauft und beim Schnitz entdecken Sie erstmals, oh, da sind Holzwürmer drin. Schnitz, Schnitz, oh, Holzwurm. Dann dürfen Sie zurücktreten und müssen aber keinen Wegesatz für die Veränderung des Holzstücks zahlen, weil Sie haben es erst da erkannt. Das Ganze gilt auch beim bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die Idee dahinter ist, Sie haben im leckeren Fünf-Sterne-Restaurant einen Salatteller gegessen. Sie fangen an und sind ganz begeistert von diesen knusprigen, frischen Salatblättern. Und auf dem 25. Salatblatt ist eine Nacktschnecke. Und dann sagen Sie, ii, 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 ii. Und dann sagt 346 Absatz 3 Nummer 1, müssen Sie auch nicht für die Salatblätter bezahlen, die Sie gegessen haben. Ja? So nett ist das BGB zu Ihnen. Nummer 2. Nummer 2 betrifft zum einen so Naturkatastrophenfälle. Das heißt, entweder die Verschlechterung oder der Untergang wurde vom Gläubiger verursacht. Das heißt, der Verkäufer hat so eine Art Zeitbombe eingebaut. Oder sie wäre bei ihm gleichfalls eingetreten. Damit ist gemeint, wenn die ganze Stadt von dem Erdbeben verschüttet wird und die wertvolle Ming-Vase bei Ihnen zerstört wird, wäre die genauso zerstört worden beim Verkäufer. Das heißt, Sie können trotzdem zurücktreten und müssen keinen Wertersatz leisten. Denn auch wenn die Vase bei ihm geblieben wäre, hätte er nie Wertersatz bekommen. Jetzt kommt was Wichtiges. Achtung! Weil ich das in der Klausur jetzt ungefähr 18 Mal falsch gelesen habe. Diese Regelungen ersetzen 326 für den Rücktritt. Wenn Sie zurückgetreten sind, spielt 326 keine Rolle mehr. 326 gilt nur, wenn Sie nicht zurückgetreten sind. Man sagt aber, dass der Gedanke des 326 Absatz 2 Satz 1 hier entsprechende Anwendung findet und man deshalb auch den 300 Absatz 1 damit reinlesen muss. Das heißt, man sagt, wenn der Gläubiger im Annahmeverzug ist und der Schuldner die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat, dann erlicht auch die Wertersatzpflicht nach 346 Absatz 3 Nummer 2 BGB. Nochmal? Hat keiner verstanden, wetten wir? Also, Sie erinnern sich, Düster, an 326 Absatz 2 Satz 1 BGB. Erinnern Sie sich alle daran? Der sagt, die Gegenleistung bleibt bestehen, wenn der Gläubiger im Annahmeverzug ist und der Schuldner den Untergang nicht zu vertreten hat. Und man sagt, die Wertung dieser Regelung muss man auch in 346 Absatz 3 Nummer 2 hineinlesen und man muss sagen, wenn der Rücktrittsgläubiger, das heißt derjenige, die die Sache zurückbekommen soll, der Verkäufer normalerweise, die Sache nicht annimmt, obwohl sie ihm angeboten worden ist, also im Annahmeverzug ist, und der Schuldner den Untergang nicht zu vertreten hat, dann muss der Schuldner keinen Wertersatz leisten. Welcher Fall ist damit gemeint, das kann ich Ihnen ganz einfach sagen. Der Schuldner tritt zurück und sagt hier, ich bringe die Sache vorbei, der Gläubiger sagt, nein, die nehme ich nicht an und auf dem Rückweg wird der Schuldner beraubt und die Sache ist weg. Dann wissen Sie, ist der Schuldner befreit und dann findet 346 Absatz 3 Nummer 2 Anwendung. Letzter Fall, 346 Absatz 3 Nummer 3. Aus irgendeinem Grunde lieben alle Studenten diese Norm und meinen, die kommen in jedem Fall dran. Diese Norm hat in der Tat einen Meinungsstreit, was sie ganz populär macht. Sie sagt nämlich, ich darf, wenn ich ein gesetzliches Rücktrittsrecht habe und damit ist gemeint, Schlechtleistung oder Rücksichtnahmepflichtverletzung nach 3,24. Dann darf ich die eigenübliche Sorgfalt bis zu dem Moment anwenden, in dem ich den Rücktritt erklärt habe. Jetzt fragen Sie sich, was heißt, wenn Sie ein Auto haben und Sie wissen nicht, dass das einen Mangel hat, dürfen Sie damit fahren mit Ihrem eigenen Auto, weil Sie denken, es ist Ihr eigenes Auto. Sie geben richtig Gas, der Motor nutzt sich voll ab, die Reifen werden abgewetzt, das dürfen Sie alles, sagt 346 Absatz 3 Nummer 3. Und Sie müssen für diese Fälle nur dann Wertersatz leisten, wenn die Verschlechterung und der Untergang eingetreten ist, obwohl Sie schlimmer damit umgegangen sind, als Sie mit Ihren eigenen Sachen umgehen. Nochmal deutlich, Sie können mit Sachen, die Sie kaufen, umgehen, als wären es Ihre eigenen, Sie müssen nicht überlegen, möglicherweise können Sie ja falsch sein, ich trete zurück. Das bringt uns aber zu einem praktischen Problem, nämlich zu dem Problem, was gilt denn eigentlich, wenn Sie wissen, dass Sie zurücktreten können, aber Sie denken, ich überlege mir das noch. Sie wissen also, das Auto ist ein Unfallwagen, obwohl mir gesagt worden ist, es ist unfallfrei. Und Sie fahren mit diesem Auto mit viel Schwung durch die Gegend, lassen die Reifen richtig quietschen und will sie immer mit Ihren eigenen Autos umgehen. Dann ist die Frage, wenn das Auto jetzt dabei schlechter wird, weil zum Beispiel die Reifen sich abnutzen oder die Bremse kaputt geht oder das Getriebeschaden nimmt, können Sie dann immer noch sich darauf berufen, ich gehe mit allen meinen Autos so schlecht um oder müssen Sie dann besonders vorsichtig sein. Und dafür gibt es zwei Meinungen, die einen sagen, die Norm ist schlecht formuliert vom Gesetzgeber, der Gesetzgeber meinte eigentlich, dass Sie mit den Sachen besonders vorsichtig umgehen müssen und zwar dann, wenn Sie wissen, dass Sie zurücktreten dürfen. Die Gegenansicht sagt, nein, da steht drin, wenn im Fall des gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechterung beim Berechtigen eingetreten ist, obwohl dieser die eigenübliche Sorgfalt beobachtet hat, dann wird das gelten, so lange, bis Sie den Rücktritt erklärt haben und erst danach müssen Sie vorsichtig sein, erst nach der Erklärung. Die richtige Meinung ist die erste, kann ich Ihnen auch sagen, weil eine eigenübliche Sorgfalt setzt voraus, dass Sie die Sache als eigene behandeln. In dem Moment, wo Sie sich überlegen, zurückzutreten, haben Sie gar keinen Respekt mehr vor den Sachen, Sie müssen dann mit einer fremden Sache umgehen und damit ist die erste Ansicht ziemlich offensichtlich konsequent. Nach 346 BGB kommt praktischerweise 347 BGB. 347 BGB hat noch weitere Ansprüche und zwar praktischerweise zwei Stück oder drei Stück. In Absatz 1 geht es um Nutzungen, die Sie nicht gezogen haben. Sie haben einen Huhn, aber die Eier lassen Sie immer vergammeln auf dem Boden. Oder Sie haben einen Apfelbaum und die Äpfel fallen runter und verfaulen, dann haben Sie Nutzungen nicht gezogen, dann sind Sie selber schuld. Oder Sie holen das Geld von Ihren Mietern nicht ab. Das ist Ihr Problem. Dann sagt 347 Absatz 1 Satz 1, müssen Sie trotzdem, wenn Sie den Rücktritt erklären, die Sachen herausgeben, die Sie hätten ziehen können. So brutal ist das BGB. Davon gibt es wieder eine Ausnahme. Wenn Sie nicht wussten, dass Sie ein Rücktrittsrecht hatten, weil Sie dachten, die Sache ist mangelfrei, müssen Sie nur die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten anwenden. Wenn Sie also ein schlampiger Mensch sind, können Sie sagen, ich gehe damit mit meinen eigenen Sachen um und bei meinen eigenen Kühen und meinen eigenen Hühnern ziehe ich auch keine Nutzungen, dann ist das Ihr Pech. Absatz 2 betrifft Verbesserungen, die Sie vorgenommen haben. Sie haben ein Auto gekauft und Sie haben das neu lackieren lassen. Oder Sie haben die Bremsen austauschen lassen. Oder Sie haben es sich in TÜV gebracht. Das kostet alles Geld. Und 347 Absatz 2 regelt den Fall, wann Sie dieses Geld wiederkriegen. Und 347 Absatz 2 sagt Ihnen, Sie kriegen notwendige Verwendungen. Das, was erforderlich war, um den Gegenstand zu erhalten, wieder, wenn Sie den Gegenstand zurückgeben oder Wertersatz für den Gegenstand leisten oder keinen Wertersatz leisten müssen nach Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 2. Wichtig, nicht Nummer 3. Das betrifft aber nur notwendige Verwendungen. Notwendige Verwendungen, habe ich Ihnen eben schon gesagt, ist das, was erforderlich ist, um die Sache überhaupt gebrauchbar zu halten. Also zum Beispiel die Bremsreparatur oder das, was für die TÜV-Zulassung gemacht werden muss am Auto. Ihre Lackierung kriegen Sie nur nach Satz 2 und das setzt voraus, dass der Verkäufer durch diese Lackierung bereichert wird. Wenn Sie silbermetallig lackieren, ist das Auto hinterher mehr wert. Wenn Sie pink getupft lackieren, ist das Auto hinterher nicht mehr wert. Das heißt, dann kriegen Sie auch keinen Ersatz für Ihre pink getupfte Lackierung. So, damit Sie auch sehen, wie sowas in Fällen aussieht, habe ich Ihnen hier einen Fall mitgebracht. Den machen wir jetzt in 4 Minuten durch. Kauen wir uns mal an. K hat bei V einen gebrauchten Porsche für 5000 Euro gekauft. Der Vertrag sieht vor, dass K innerhalb des ersten Jahres zurücktreten kann. Nach 11 Monaten erklärt K den Rücktritt. K begehrt nun von V Rückzahlung des Kaufpreises. Und was sagen Sie dazu? Hat K gegen V einen Antwort auf Rückzahlung des Kaufpreises von 5000 Euro aus 346 folgende BGB? Wo gucken Sie da? Was könnte die Anspruchsgrundlage sein für Rückzahlung des Kaufpreises? Das ist jetzt nicht der schwierige Fall. Also das ist kein Trick dabei. K könnte gegen V einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises aus 346 Absatz 1 BGB haben. Was setzt der voraus? Gucken wir in den 346 rein. Was setzt der voraus? Ist ja keine allzu schwierige Norm. Ja? Ja. Ja. Also in der Tat, wir brauchen einen wirksamen Rücktritt. Er hat einen Anspruch aus 346, wenn sein Rücktritt wirksam ist. Das setzt wiederum voraus, dass wir überhaupt einen Vertrag zwischen K und V haben. Haben wir einen Vertrag zwischen K und V? Ja, einen Kaufvertrag. Was brauchen wir noch, damit ein Rücktritt überhaupt wirksam werden kann? Denken Sie auch an Aufrechnung und Anfechtung und sowas? Eine Rücktrittserklärung. Wenn wir mal gucken, Rücktrittserklärung 349. haben wir eine? Haben wir eine? Ja. Was brauchen wir noch? Außer einer Rücktrittserklärung einen Vertrag. Als dritte Voraussetzung. Einen Rücktrittsgrund. Was könnte hier der Rücktrittsgrund sein? Jetzt wundern Sie sich alle, was könnte hier der Rücktrittsgrund sein? Ein hinterhältiger Fall. Ja. 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 Der Rücktrittsgrund ist 346 Absatz 1, ein Rücktrittsvorbehalt im Vertrag. Gut. Haben wir auch. Dann empfangene Leistung, war hier der Kaufpreis, der ist zurückzugewehren, Check erledigt. War der Fall schwierig? Nein. Wir können den Fall aber noch steigern. Denn der V hat das Geld angelegt bei seiner renommierten Bank und die hat ihm sage und schreibe 0,2% Zinsen auf diese Forderung gezahlt. Jetzt hat er Anspruch auf Zinsen auch den Kaufpreis für diesen Zeitraum. Was sagen Sie dazu? Ja. In der Tat 346 Absatz 1 zweite Variante gezogene Nutzungen gleiche Voraussetzungen Vertrag. Ja. Rücktrittserklärung. Ja. Rücktrittsgrund. Ja. Also auch das kriegt er. Das sind die Nutzungen. Allerdings gucken wir uns mal diese Variante an. 1000 Euro hat K. investiert für Reparatur der Bremsanlage, welche auch für die TÜV-Zulassung unverzichtbar war. Was sagen Sie dazu? Was könnte dafür die Anspruchsgrundlage sein? Ja, welcher Satz? Ja. 347 Absatz 2 Satz 1 der setzt voraus einen Vertrag, einen Rücktrittsgrund, eine Rücktrittserklärung, einen Rücktrittsgrund und er setzt voraus eine notwendige Verwendung. Ist das hier notwendig, dass er hier die Bremsen austauscht? Was sagen Sie dazu? Würden Sie sagen, das ist notwendig? Ja. Gehört zur TÜV-Zulassung dazu. So. Dann sind wir auch mit dem Thema Rücktritt am Ende und morgen machen wir dann den Widerruf. Und dann bin ich mit dem Thema auf der Ballet und nach oben dann können wir einigen mit dem Thema mehr . die die